1DigitalMixT Yo guys, this is 1DigitalMixT und ihr seht was hier gerade abgeht. Das habe ich von Final bekommen, von Kevin. Thanks to Final, thanks to Kevin, all the props to you. Hat er mir von der Gamescom mitgebracht, in der er war, ist extra hier nach Stuttgart vorbeigekommen. Nochmal ein fettes Danke deswegen. Diese Earphones sind einfach der Hammer. Und ich mache hier jetzt ein kleines little, sag ich jetzt mal, Unboxing meiner neuen Earphones. Gleichzeitig will ich damit sagen, der, der mich kennt und meine alten Earphones kennt, kann mich gerne drauf ansprechen oder PM per Facebook, dass er sie haben will. Ich gebe sie gerne her, weil ich jetzt nur noch diese benutzen werde. Ich habe weder Schere oder sonst noch was dabei, wie bei einem normalen Unboxing, aber scheiß drauf. Ich packe die jetzt einfach mal aus. Los geht's. Ich versuche die Verpackung heile zu behalten, weil selbst die Gold wäre. Und das erste, was ich machen werde mit diesen Dingern, ist mein Favorite Song von Crush 40. Falls ihr Crush 40 nicht kennt, das ist die Rock Band, die die Official Soundtracks für die neuesten, okay, ich sage jetzt nicht die neuesten, aber damals halt die neuesten Soundtracks für die Sonic the Hedgehog Videogames gemacht haben. So, mal kleiner Dörfer jetzt mal. Mal gucken, ob ich's vielleicht hier nochmal von hinten. Hier muss ich's aufmachen. Wird eigentlich gleich umdrehen können. Ja, man, ich will die unbedingt auspacken, aber ich will's gleichzeitig nicht kaputt machen. Ich muss gucken, dass das irgendwo ein Cäsar oder sowas ist. Ich hab mal ganz kurz, hier ist schon mal was offen, aber so. Ah, so geht das. Hier so ist so ne Sasche, ich weiß nicht wie gescheit man das sieht. Auf jeden Fall haben wir das schon mal gedacht. Hier auch noch. Hier so. Hier. Zack. Okay, langsam, mal langsam. Ah, shit, nein. Hier ist ein bisschen an der Kackung hingewiesen. Fuck. Jetzt hab ich hier so ne Chemik drin. Kacke. Darf mich kaputt gehen. Ich ziehe das mal aus riesen Ding herauf. Ich leg mal das hier kurz weg. Hier nochmal kurz, wie das alles ohne Plastik aussieht. Bam. B. Und B. Hammer geil. Geil ich jetzt auch nochmal zu sein. Warte, ist das was. Ich bin das auf. Ich guck mal kurz selbst. Chill mal kurz. Nope. Gut. und hier das ist die ab doch gerade dann habe ich schießt direkt aus Anweisung, Smiley mit Earphones und so, brauche ich hier nicht, ich weiß wie so was funktioniert, das ist für Leute heutzutage ganz einfach, hier dieses Plastik, den mache ich weg, zuerst das Cable, ist ziemlich lang, ziemlich cool designt, hier erster Plug für die Earphones selbst, für die Headphones und Spider für, 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 was weiß ich, PC-Tablet, sonst was, hier Lautstärke, Regler, geiles Ding, legen wir zur Seite, und die Earphones, alle, das ist das, das geht ja wie Butter, das sieht zwar so holprig aus, aber das ist eigentlich total leicht und nie zu machen, und außen ist es richtig stabil, jetzt sieht ich mal das hier rein, ich hoffe, das sieht man gescheit, ich probiere es nicht gegen mich so halten, damit man es so sieht, richtig krass aus, auf der anderen Seite auch noch, richtig geil, die Dinger sind stabil, ok, hier sieht man das nochmal von der Innenseite, da sind so diese Laschen da, also da wo es so auf und so geht es, dieses weiße Ding, das sieht man jetzt hier, wie auch, ich will mal, ich teste mal gleich die Soundqualität danach aus, wenn ich hier fertig bin, auf jeden Fall, das Wichtigste von diesen Dingen ist das hier, das hier, das hier, das hier, bam. So, officially unboxed, noch mal ein fettes Danke an Final Kevin, und wie gesagt, wenn irgendjemand meiner alten Headphones haben will, einfach mir Bescheid geben, ich geb sie gerne her. Alright then YouTube, this was it, this was my little Headphones, Sonic the Headshot Headphones Unboxing, Videos, neue Videos von mir kommen bald, weil in der Woche, nicht mal eine Woche, paar Tage, dann fängt die Schule wieder an, endlich, ja, ich hab endlich gesagt, ihr habt richtig gehört, und dann kann es wieder losgehen, also, see you next time on YouTube, when we do more XT, see you, peace. 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 So хочу es. Bye. I怎麼さ.